Okay, Brandon Tune, du wurdest zum besten Spieler hier ist. Die Nummer eins, die Nummer eins, die Nummer eins. Nick? Hallo Süße, ich wollte dich nur wissen lassen, unser Sohn geht nach Kanada, um Eishockey zu spielen. Ich liebe dich und bis gleich. Hey, wo willst du hin? Ich hole mir was zu trinken, Dad. Gut, aber beeil dich, wir müssen nach Hause. Ist gut. Auf den Boden! Nummer fünf. Bring diese Bestie hinter, Gitta. Ich will, dass dieser Kerl lebenslänglich kriegt. Ich habe einen Augenzeugen, Sie. Sie, alles was wir haben ist Ihre Aussage. Die Klage ist hiermit abgewiesen. Mr. Darley, die Haftanordnung ist aufgehoben. Wollen Sie mich verarschen? Dein Bruder, Mann. Er ist tot. Ich bestimme, wer lebt und wer nicht. Jetzt ist der Rest deiner Familie dran. Du hast gerade ihr Todesurteil unterschrieben. Es ist mir egal, was passiert, aber meiner Familie darf nichts geschehen. Das muss doch mal aufhören. Sie haben einen Krieg losgetreten. Gott steh Ihnen bei. Ich brauche Waffen. Hast du drei Riesen? Untertitelung. Vielen Dank.